Hallihallo, es geht weiter mit der Aussagenlogik und zwar kennen, lernen, tun, whatever. Werden wir jetzt einen neuen Operator kennenlernen, so das wollte ich sagen, und zwar den Entweder-Oder-Operator. Genannt wird der auch gerne Exklusiv-Oder und der sieht so aus. Exklusiv-Oder, also auch so ein Kreis im Prinzip. Ich mache es noch ein bisschen schöner so. Mit einem Kreuz drin und der ist folgendermaßen definiert. Wir haben A, B und da wieder alle möglichen Fälle abdecken. Der ist genau dann wahr, wenn nur eins von den beiden wahr ist. Also A, Entweder-Oder, B ist hier nicht wahr. Da ist nur eins von beiden wahr, also es ist wahr. Hier ist auch nur eins von beiden wahr, also es ist wahr. Hier sind aber beide wahr, deswegen ist es falsch. Wofür braucht man jetzt bitte diesen Operator? Der Operator ist häufig näher an der Realität. Also stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem Auto und fahrt jetzt entweder links oder rechts. Ja, es macht keinen Sinn beides. Also ihr fahrt links und rechts, dann würde sich das Auto in der Mitte aufteilen und das ist einfach in der Realität nicht so unbedingt leicht möglich. Also gut, wenn eine Kreissäge im Beton unten ist vielleicht, aber wofür will man das? Naja, gut, das war im Prinzip schon wieder zu dieser Episode noch eine Kleinigkeit und zwar das Entweder-Oder. Hier wird gerne in der Mathematik auch exklusiv-Oder genannt. Das ist wenigstens eine Bezeichnung, die man sich merken kann. Nicht so wie dieses Disjunktion und Konjunktion. Nee, Konjunktion. Genau. Ja, also wenn ihr da exklusiv-Oder lest, dann wisst ihr, was gemeint ist. Bis zum nächsten Mal. Ja.